Die chillige Runde haben wir gewonnen, das heißt ab jetzt holen wir uns alle Gratis-Items auf einmal ab, sehr nice, einmal das hier, abholen, nicht ausrüsten, das müssen wir auch nicht ausrüsten, das auch nicht und übrigens für die, die es nicht wussten, welche Aufgabe wurde geändert, die erste wurde geändert, die zweite wurde geändert, der Rest bleibt gleich, da wurde nur der Modus ausgetauscht, äh, wo ist der? Ja, ganz genau, ich mach mal kurz die Facecam weg, wo haben wir sie? Hier, den Modus müsst ihr spielen für die ausgetauschte Aufgabe, denn der andere Modi-Modus war zu verbuggt, Skin abholen, wichtig, 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 einmal kurz ausrüsten, zack, einmal abholen und zack, einmal ausrüsten, endlich, gratis-Skin freigeschaltet, easy, 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 easy.